So, nächste Runde, Schnellsuche und diesmal habe ich den Hassbomber an meiner Seite, mit dem spielen wir ab und zu mal Team Liga zusammen und der ist auch gerade ein bisschen am Heldenlevel, da habe ich mir gedacht, warum tun wir uns nicht zusammen, dann kriegen wir beide ein bisschen mehr XP, wir haben hier schon wieder Diamond Gegner, ich bin hier auch Diamond vom MMR in der Schnellsuche, ich weiß nicht was der Hassbomber ist, aber ich vermute der ist mindestens Diamond, der ist nämlich auch in der Heldenliga Diamond, ja, aber wie immer, es ist ja nur Quick Match und äh... Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Möge die Schlacht beginnen 4, 5, 4, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 F poetic ist Kühnheit. und getötet so euch wohlgesonnen. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer hörig sein. Ich muss handeln. Haben keine Hele dabei, oder? Ja. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Easy! Ich muss mich kurz erholen. Gut gekämpft, Freunde. Bleibt standhaft. Ich liebe mich, das ist auch so cool. Alter, was ein Game. Sieben Mal. Ah, es geht noch. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Verstanden. Aktiviert den Schein. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht. Die Macht des Bestrafers. Die Macht des Bestrafers. Ich habe bestimmt auch Shield Breaker geskillt. Die Macht des Bestrafers. 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 2k macht es nur. 3000. Die Macht des Bestrafers. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Da hab ich echt gefeedet, also das war keine gute Runde von mir. Sechs mal gestorben. Ah gut, die anderen sind auch so oft gestorben, die Gegner auch in etwa, Zaya nicht. Das war's für mich, aber das war's für mich, aber das war's für mich. Okay. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Was? 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 No guys. Okay, I don't mind. Nice. Sehr gut. Wir konnten einen Eisbestrafer beschwören, der uns im Kampf beisteht. Okay. I guess der ist, wir hatten die Glückwunsch in die cégez. Okay. 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 da sterb ich leider am dort beim Damage Overtime oh Hasbomba du magst das Ding oh Moki ist auch noch dabei ja gg gg auch an die äh Verbündeten die gegnerische Zayas MVP nett auch war schön es gibt doch direkt viel mehr XP boah 8-8 ja alle so oft gestorben ist ja nur Quick Match ich 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 Vielen Dank.